Hey Bros, ich bin Jack, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein kleines News-Video und zwar hat PUBG Fortnite verklagt wegen ähnlichen Sachen, die sie wohl kopiert haben sollten von PUBG. Das kam jetzt vor zwei Tagen raus und ich wollte ein bisschen meine Meinung dazu sagen, ich wollte generell so ein bisschen meine Meinung zu PUBG sagen und auch zu Fortnite und so weiter, aber mir geht immer ein bisschen auf die Klage drauf ein. Und zwar es geht darum, dass das südkoreanische Studio PUBG Corporation gegen Epic Games eine Klage hier eingereicht hat und zwar eine einstweilige Verfügung. Die wollen, dass Fortnite komplett vom Markt kommt, dass Fortnite nicht mehr gespielt wird und vor allem auch nicht in Korea, denn ich denke, dass es auch da wirklich am meisten darum geht. Denn in Korea bzw. in Südkorea, in den ganzen Internet-Cafés wird im Moment am meisten PUBG gespielt. Dort wird wirklich sehr, sehr, sehr viel dieses Game gezockt, sogar mehr mittlerweile als League of Legends und das ist wirklich schon eine ordentliche Leistung. Und jetzt soll halt eben Fortnite nach Korea kommen bzw. nach Südkorea und dort halt eben auch in den Internet-Cafés gespielt werden und ich denke, dass da PUBG ein bisschen Angst bekommt, dass die halt eben eine große Konkurrenz bekommen mit Fortnite und keine mehr PUBG zockt. Und ich denke, dass es deswegen auch soweit gekommen ist, dass jetzt die Klage eingereicht worden ist, denn die ganzen Punkte, warum PUBG Fortnite verklagt, sind sehr, sehr schlecht bzw. überhaupt nicht irgendwie aussagekräftig oder wirklich irgendwas, wo man sagen könnte, ja, die haben recht. Denn die haben gemeint, dass Gameplay kopiert worden ist, dass Waffen sich ähneln und so weiter. Es geht jetzt nicht um das Spielprinzip an sich, Battle Royale, um das geht es jetzt nicht, sondern die denken halt oder beziehungsweise sie sagen, dass Fortnite Waffen kopiert hat, Gameplay-Mechaniken kopiert hat und so weiter. Und jeder, der jetzt auch wirklich normal denken kann und der vielleicht nicht zehn Jahre alt ist und keine Ahnung hat von gar nichts, wird sofort merken, dass er total lächerlich ist. Wenn man jetzt wirklich Fortnite hinstellt mit PUBG, das sind zwei komplett verschiedene Arten von Games, ja, ich muss das glaube ich gar nicht wirklich erklären, das weiß man einfach selber. Ja, in PUBG lernt man halt einfach rum, hat eher ein realistisches Gameplay, ja, mit den Drops und mit allem und hin und her, auch also von dem Kugelabfall, was ich halt eben meine. Man hat Aufsätze für die Waffen, was in Fortnite nicht vorhanden ist, ja, du hast die in Fortnite, nimmst einfach die Waffen auf und fertig, bei PUBG hast du eben diese ganzen Aufsätze, Fahrzeuge und so weiter. Ja, also auch die Grafik, ja, die Grafik ist natürlich hier Comic-Style halt eben gehalten, das Gameplay an sich ist einfach ein bisschen Arcadiger, das ist nicht so realistisch und Waffen sind hier wirklich überhaupt nicht ähnlich. Also ich hätte jetzt keine einzige Waffe gesehen, wo ich mir dachte, ja, das sieht jetzt irgendwie aus wie ein PUBG, boah, das haben sie voll kopiert. Das Einzige, was wirklich ähnlich ist, ist die Zone, ja, die Zone bei Fortnite und PUBG ist dasselbe. Ja, nur dass es halt hier ein Sturm ist und bei PUBG ist es halt eben, keine Ahnung was, irgendwas Elektrisches, was weiß ich was. Hier ist es sogar noch ein bisschen realistischer mit der Zone wegen dem Sturm, dass man halt im Sturm stirbt, finde ich sogar noch besser. Aber ja, beides ist halt ein Kreis, ja, also die Zone in PUBG ist ein Kreis, hier ein Kreis und bei PUBG sind es 100 Leute, hier sind es 100 Leute. Sonst irgendwelche Ähnlichkeiten gibt es null, auch bei der Bedienoberfläche haben die gemeint, dass es irgendwelche Ähnlichkeiten geben würde von Fortnite, was halt eben kopiert worden ist von den Entwicklern von PUBG, aber, wenn man ganz ehrlich ist, da ist nichts. Meiner Meinung nach ist es einfach nur, dass sie entweder ein bisschen im Gespräch bleiben oder dass sie wirklich versuchen, dass PUBG als einziges Spiel irgendwie in Korea gezockt wird und Fortnite da nicht nach Südkorea kommt und nicht dort gespielt wird, weil sie eben Angst haben vor der Konkurrenz. Und es ist einfach so, dass Fortnite PUBG überholt hat, ja, bei weitem, ja, wenn es auch um Spielspaß geht. Fortnite hat einfach viel mehr Bock. Ich war am Anfang so, ich habe ja 700 Stunden PUBG mittlerweile gespielt, ja, das sollt ihr auch nochmal wissen, die hier gerade zuhören. Ich habe 700 Stunden PUBG hinter mir und habe seit zwei Monaten nicht mehr gespielt und bin zu Fortnite gewechselt, weil einfach PUBG langweilig geworden ist, weil sie die Inhalte nicht regelmäßig irgendwie abgedeckt haben. Also es ist selten irgendwas Neues dazugekommen. Da waren so lange Durststrecken, bis irgendwas Neues mal dazugekommen ist. Und wenn es dann neu dazugekommen ist, hat es wirklich nicht mehr funktioniert. Mittlerweile haben die halt neue Aufsätze und so weiter, auch die neue Map. Aber das Spiel ist einfach langweilig geworden. Das Mid-Game von PUBG ist einfach lame. Du kommst runter, du findest deinen Loot, du bist irgendwie 90 Prozent in der Runde nur beschäftigt damit, zu looten und zu laufen oder mit dem Auto zu fahren oder mit dem Auto zu fahren und in die Zone zu kommen. Und du machst wirklich nicht viel mehr. PUBG ist einfach kompletter Leerlauf vom Gameplay. Es ist einfach langweilig. Ich kann mittlerweile PUBG keine einzige Runde mehr spielen, weil mir dann sofort nach zehn Minuten langweilig wird. Ich komme irgendwo runter, sehe vielleicht ein, zwei Gegner, bin am Looten und laufe dann 15 Minuten oder 20. Das ist eben das meiste. Und sogar bei der neuen Map haben die Kacke gebaut, weil da haben die auch gemeint, ja, hier viel besseres Mid-Game und viel mehr Action und so weiter. Selbst auf der neuen kleinen Map rennst du viel zu viel rum und es passiert einfach nichts. Plus immer die ganzen Probleme, die auch waren. Die haben ewig gebraucht, bis sie ein Map-Selection-Tool eingebaut haben, dass du auswählen kannst, auf welcher Map du spielst. Ja, einfach lame. Während Fortnite raushaut, ja, Fortnite haut wirklich immer wieder neue Inhalte raus. Jetzt vor kurzem, heute zum Beispiel, wenn wir auch spielen, kam ein Einkaufswagen dazu, wo man durch die Gegend fahren kann. Neue Waffen, neue Modi, auch das mit dem Thanos zum Beispiel war sowas von geil. Ich hab das so gerne gezockt, ja. Das ist einfach abwechslungsreich. Immer wieder kommt was Neues dazu. Neuere Herausforderungen, neue Skins, neue Modi, neue Waffen. Immer wieder kommt irgendwas Interessantes, wo es sich einfach lohnt, wirklich auch regelmäßig zu spielen und es wird einfach nie langweilig, ja. Vor allem auch, weil sie sagen, dass Fortnite PUBG kopieren würde. Bei Fortnite kannst du dir deine eigene Base bauen, du kannst dich verteidigen, du kannst rumrennen, du kannst Rampen bauen, du kannst was hintun. Es ist null realistisch irgendwie. Die Waffen sehen auch überhaupt nicht irgendwie realistisch aus. Es ist einfach alles auf Spielspaß ausgelegt und es hat was ganz Eigenes. Fortnite ist was ganz, ganz Eigenes. Du kannst meiner Meinung nach Fortnite mit keinem einzigen Spiel auf dem Markt irgendwie vergleichen, während du PUBG mit tausenden Sachen vergleichen könntest. Also für mich sehr, sehr lächerlich, dass die Fortnite verklagt haben. Und ich hoffe, dass sie damit auf die Schnauze fallen werden und es auch nicht schaffen werden, denn es ist einfach nur ein versuchter, keine Ahnung, ein versuchter Hilfeschrei oder irgendwie was weiß ich was. Die haben einfach nur Angst vor der Konkurrenz. Das ist so. Und da sagt einer, der wirklich PUBG-Fan war und 700 Stunden damit verbracht hat mit PUBG und mittlerweile nicht mal ein bisschen PUBG zockt. Ich habe es nicht mehr auf der Festplatte drauf. Ich habe schon lange deinstelliert. Das interessiert mich gar nicht mehr, wenn Fortnite einfach nur Spaß macht. Und das nach vielen, 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 vielen Stunden, weil jedes Match anders ist. Jedes Match ist spannend. Es macht Bock, auch die ganzen Waffen und alles. Es macht einfach Spaß. Fortnite macht einfach Spaß. Es ist auch Action. Du bist durchgehend gefordert. Es ist einfach schnell, auch schnelles Gameplay. Während du in PUBG einfach nur drei rennst und zehn Minuten in den Monitor guckst und durch die Pampa rennst und es passiert einfach nichts. Und das sind die Entwickler halt eben bewusst. Ja, das ist denen bewusst, aber die wissen nicht, wie sie das ändern sollen. Und deswegen, ja, die lächerliche Klage. Also anstatt, dass man irgendwie PUBG, anstatt, dass sie irgendwie Fortnite verklagen, sollten die sich mal hinsetzen und ein bisschen umdenken bei einem Spiel und ein bisschen neue Sachen einbauen. Denn man hat viel Potenzial eigentlich mit diesem Battle Royale-Modus. Man könnte auch andere Dinge machen. Es muss nicht nur Battle Royale sein. Wie geil wäre es zum Beispiel, wenn die bei PUBG Capture the Flag machen würden. 50 gegen 50 Capture the Flag. Mit Autos und so weiter. Man muss einfach in eine andere Base rüberfahren, Flaggen holen und so weiter. Und einfach Action, dass sie das ein bisschen umwandeln. Weil eigentlich haben die wirklich viel Potenzial mit den großen Maps und auch viel Potenzial mit dem Spiel an sich. Aber man muss auch was tun. Man muss auch mal einen anderen Modus einführen oder so. Dann würde das Spiel wieder Bock machen. Ganz ehrlich, wenn die Capture the Flag machen würden, ich würde voll Bock haben auf das Game. Einfach mit so 50 Leuten in die andere Base rein oder halt eben verteidigen, dass sie die Flag halt eben nicht holen und so weiter. Das wäre doch geil. Das wäre einfach was Neues. Das wäre was Cooles. Früher gab es viel Capture the Flag. Auch bei Halo zum Beispiel und so weiter. Da gibt es heute nicht mehr. Und PUBG macht einfach nichts Neues mehr. Immer dieselbe Scheiße, ein paar kleine Updates. Wow, vor kurzem kamen ein paar neue Griffe dazu. Geil. Während Fortnite komplett neue Modi und richtig komplett neue Gameplay-Elemente ins Spiel einfügt. Und das regelmäßig. Also PUBG, hört auf irgendwelche Leute zu verklagen, die was besser machen. Sondern setzt euch mal ran und macht selber was besser. Gut, sagt eure Meinung in den Kommentaren. Haut raus, was hattet ihr davon, dass PUBG Fortnite verklagt. Findet ihr das genauso lächerlich wie ich? Ab in die Kommentare. Und nicht vergessen, Däumchen da oben. Tschüss.